Altstadt Bülth Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie die Maskenpflicht im Bus und in der Haltestelle. Bleiben Sie gesund! Theater Münster Neubrückentor Maximilianstraße Kanalstraße Pumpenhaus Lublinring Kolpingstraße Hörstertour Liebe Fahrgäste, bis zum 24.09. können Sie in der Zeit von 9 bis 19 Uhr hier auf den Shuttlebus der Linie 68 umsteigen. Altstadt Bülth Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie die Maskenpflicht im Bus und in der Haltestelle. Bleiben Sie gesund! END 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 END